Aufrichtig gesagt, welche schreckliche Krankheit ist die Frauenliebe? Da hilft keine Inokulation, wie wir leider gesehen. Sehr gescheute und erfahrene Ärzte raten dir zu Ortsveränderung und meinen, mit der Entfernung von der Zauberin zerreiße auch der Zauber. Aber das Prinzip der Homöopathie, wo das Weib uns heilet von dem Weibe, ist vielleicht das probateste. Töricht ist es, wenn man einem Liebeskranken anrät, den Anblick seiner Schönen zu fliehen und sich in der Einsamkeit an der Brust der Natur Genesung zu suchen. Ach, an dieser grünen Brust wird er nur Langeweile finden. Das wirksamste Gegengift gegen die Weiber sind die Weiber.